Herzlich Willkommen zum zweiten Teil Sons of the Forest Dann kann ich mal reden, dann gleich in den Einschränkern erstmal reingucken Ich bin gespannt, wie das Spiel ist Das erste Teil war schon geil Wir können mal reingucken, ob es passt Grafik Nun auf Qualität stellen Audio passt auch Moment zurück Oh, weiterspielen? Ja Ich habe schon drei Stunden heimlich gespielt Nee, nee, Spaß Individuell schwer, friedlich und normal Wir gehen rein in normal Guck mal auf die Seite machen Wie ist euer erster Eindruck vom Spiel? Das ist schon gespielt Wie sagt ihr? Zum ersten Teil Jetzt sehe ich einiges verbessert Gibt's Sachen, die sich verschlechtert haben Schreib's gerne mal in den Kommentaren Bin gespannt Ich bin gespannt, was uns erwartet Wir werden jetzt natürlich ein schickes Heißen bauen Die Landschaft ein bisschen erkunden Ja, mal gucken, was so passiert Das Licht ein bisschen runterdrehen So Das strahlt mir voll ins Blut Das ist die Sicht Das ist die Landschaft nicht alleine Zweiter Heli Das sind anscheinend in einen Mannschaft Schon geil Viel gucken wir auch nicht Ja, oder? Oh Kleiner Blitz Edvard Pufthol hm seine Frau, bestimmt seine Tochter was ist jetzt los? ich bin gespannt, wenn wir nicht unser Kind retten müssen unsere Kameraden nichts passiert oh Gott, dann haben wir über das Rübe geflogen oh, wer ist er denn? ne das ist aber nicht nett, Kollege die Preistische haben wir auf jeden Fall dabei da liegt jemand nicht alleine will ich mal helfen Kevin Kevin bis da, hallo schlaue Kevin nimmt uns nicht mehr und jetzt geht Kevin sich gefallen anscheinend ja folge mir hol stecker steine fisch fallen lassen wir geben folgen ok aber feuerunterschied oh ich würde jetzt nicht machen ich würde jetzt nicht machen ja das war ein bisschen umgucken hm hm das war alles los ich würde heli ohne strauß wollen liegt noch jemand ich würde nicht mal helfen die gehen und ich bin nicht nicht ein voll geht ne so hier kann man so mit vorn und noch lieber stück kommen und ich trage hier Medikamente immer nehmen kommt wenn wir gehen das mal wandern das war noch was das ist schon hier ein paar so gps mit dem b das war so schnell aus erst mal runter als grüne steine so Ich muss mal einen geeigneten Ort finden, wo wir uns niederlassen können. Okay, dann kommt mit, wir sehen uns auf der Krata anscheinend. Na, ich will erstmal den Stil herunter. Ein sechteres Gebiet.